Beim FC Linz geht Salzburg durch Laszlo Klaus erwartungsgemäß in Führung. Zum Ärger von Hubert Baumgartner, dem fünften Linz-Trainer in dieser Saison. Doch in der Schlussminute verliert Salzburg durch Hartl's Ausgleich zwei Punkte und Trainer Weber die Geduld mit Goli Suslov. Der Griff ins Leere war die letzte Tat des Ukrainers in dieser Meisterschaft.